Heute, wie ernährt ihr euch am besten? Sie machen anscheinend jetzt subtile Werbung für World of Sweets. Wir haben ein riesiges Paket anscheinend mit Essen bekommen. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil das wird meiner Linie nicht... Ich möchte mal einen Kontext dazu geben. Das kam in der letzten Woche, in der warst du noch im Urlaub. Und ich musste das die ganze Zeit hier stehen haben, in dem Wissen, dass da Süßigkeiten drin sind. Oder wahrscheinlich, vielleicht ist es jetzt auch. Ich habe in einer Woche dreimal gejoggt und komme hierhin und dann steht das hier. Ich bin in Tönisberg und so, neues Leben fängt an, der neue Robin, ich nehme die 7kg ab, die ich abnehmen will. Geil und das allererste, was ich sehe... Übrigens, wir haben hier 7 Tonnen Kalorien geschickt bekommen. Jetzt fände ich es extrem witzig, wenn es keine Süßigkeit wäre. Das sind alles Chips. Das sind alles Chips. Ja, dann mach. Das will ich sehen. Bitte nicht. Komm, komm, sei Chips. Du bist ja tot. Du bist ja wirklich emotional tot. Du bist nur Berührung von dir. Kannst du nicht mehr lachen, Schatz? Berührung von dir. Der Tag einziehen. Nur für Terror. Du wirst dich so zusammenreißen, um mich zu weinen gerade. Ich weine nicht immer, das weißt du doch. Manchmal hier empfindlich? Nein. Ist der mit dir falsch? Ich bin auch nicht empfindlich. Alles gut. Hi. Hallo. Ist der Tonne eigentlich empfindlich? Alter, was soll der für alles für Kreaturen? Das ist mega eklig. Aber du hast doch gerade auch nur so ein bisschen am... Was Robin gerade gemacht hat, war einfach nur das. Ja, das habe ich doch schon mal gemacht. Ja, das ist doch nicht eklig. Ich kenne das, wenn du hier das machst am Knie. Wie? Nein, hier. Hier. Was? Nein. Wenn man hier zwischen dieser Kniescheibe runter will, das ist die empfindlichste Stelle des Körpers. Ja, das ist die Sonnenstelle des Körpers. Das wissen wir alle. Die Eichel des Knies. Mein ***. Machst du mir hier so eine Besuchung? What the fuck? Das ist ja großartig. Moment. Moment. Hat das das Ding... Oh! Ich glaube, es ist ein Getränkump, weil ich überrascht war. Was kommt schon wieder? Da. Das ist die Mechanik. Das ist ja eine der coolsten Dinge, die ich je gesehen habe. Das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Das war eine der coolsten Dinge, die ich hier in meinem Leben gesehen habe. Das war... Also danke Christoph schon mal allein für diesen Moment. Das ist ja großartig. Nee, geht das so? Wunderschön. Oh Gott, das ist ja großartig. Oh, Lisa. Ey, Lisa, such dir einen anderen Job, Lisa. Das wird nichts, ey. Ey, Lisa, du bist schon ein nettes Mädchen, ne? Aber Chips machen jetzt wirklich nichts. Ja, kunst du so weg. Ey, das tastiert sich gar nicht so weit. Und die steht dabei. Drum es, mach mal drauf. Mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist okay! Das ist echt Ian. Das để ihr gucken,aliau. Was supporters douce. Wir können bald eine eigene Show hier draus machen. Der bleibt auch. Das hängen wir jetzt in der Speiserührung. Das ist ein verwesene Ängste mit Soße. Ich möchte einladen, ich probiere die mal selbst. Mach da auch eine Videoserie oder so. Ente mit Soße Chips. Was ist denn falsch mit der Menschheit? Wir haben französische Chips. Die Chips vom Lauf heißt es glaube ich. Fabrikation Artisanée depuis 1976. Und zwar La Blue Chips. Chips de Pomme de Céa Nature Salé. Einfach nur Chips mit Salz. Was könnten die sein? Was ist denn jetzt los? Ist das Seife? Ne, das ist Baby-Wipe. Baby-Windel. Ja, das ist Nevea. Es gibt sie. Okay, hätten wir das auch geklärt. Das schmeckt wie Seife und Windeln. Aber man hat den Geruch von Windeln in der Nase davon. Geschmack und Geruch hängen ja nah beieinander. Das schmeckt wirklich wie Baby-Windeln riechen. Das ist ja krass. Da würde man so eine Nevea-Creme ablecken. Ja, stimmt. Oh, jetzt hat die Packe Geschmack auf. Wie Packe? Gab es denn das? Baby-Windel. Baby-Windel in der Nase. Aber das könnte auch meinen. Oh, das erwarte ich. Wow, wow. Wir sind auf jeden Fall... Wow, das riecht jetzt so wie uns. Ach! Schön. Wie sagen die Franzosen eigentlich Hitman? Ist das bei denen die Hitman-Reihe? Ne, die sprechen ja auch Englisch. Das heißt ja... Ja, aber die Englisch sprechen... Hitman! ...haben die doch nicht das... Die können doch immer noch nicht das H aussprechen. Hitman! Na ja doch, die können das ja schon. Die Sache bei den Franzosen ist ja... Die sind ja eigentlich bestimmt ganz klug, aber die sind halt extrem arrogant. Die wollen das nicht sagen. Weil die extrem sich selbst sehr mögen und so Ausländer nicht mögen und die andere Sprachen nicht mögen. Das sind alles faktisch richtige Fakten. Wo hast du diese Fakten denn her? In meinen dann Studien zu Frankreich habe ich das herausgefunden. Ich war schon mal in Frankreich und da habe ich viele Leute gefragt und sie haben ja alle gesagt, dass sie sehr gerne mit mir auf Englisch sprechen würden, ihre französische Nationalität das aber verbietet, weil es eben ein bisschen eingebildet ist. Mein Wissen über Frankreich stammt aus Monty Python. Und da kommen die auch nicht gut weg. Monty Python meinst du? Monty Python, richtig. Ich möchte hiermit auch eine kleine Anfrage rausschicken, falls ihr Friseur seid und spontan vorbeikommen wollt. Kommt gerne vorbei, ich muss dringend zum Friseur, ich habe keine Lust extra... Schickt einfach die Frisur über item get, dann kommt das in die nächste Folge. Eine Schere von einer Scheren. Nein, schickt keine Scheren. Wir haben genug Scheren. Wir hatten schon. Nein, wir brauchen zu lachen, das ist wirklich nicht lustig. Schickt bitte keine Scheren. Die liegen hier rum und wir haben keinen Ort, wo wir die hinlegen können und wir zeigen das Paket nicht, wenn ihr das macht. Frisuren nehmen wir aber gern. Friseur, ja Perücken, wenn ihr 20 Perücken ankommen. Ich möchte die Anfrage, wenn ihr Friseur seid und dann könnt ihr euch selbst gerne vorbeischicken. Wenn ihr ein guter Friseur seid, wenn ihr scheiß Friseur seid, dann... Du kannst ein großes Paket und dann machen wir das zwei Wochen nicht auf. Oh man! Das ist natürlich doof. Egal. Das ist scheiße, ne? Wir haben uns diesen einen gemütigen Pullover gegeben und jetzt laufen wir seit Jahren als ich... Ich habe den nie angehört. ...laufe ich als wandelnde Werbetapel durch die Gegend. Vier Jahre haben sie versucht uns zu indoktrinieren, damit wir ihre Messen drauschen. Das hat nicht geklappt. Dann schenken sie mir einen guten Pullover und mein ganzes... Das ist aber auch ein guter Pullover. Es ist aber auch ein guter Pullover. Was soll ich tun? Ja. Do it. Yes. Yes. Oh oh. Oh yes! Oh nein! Oh! Holy fuck! Wow! Das ist ein Zortod. Yes! Oh weia! Bestes Spiel! Okay, geh da mal schnell weg. Oh, au! Aua! Unfall! Unfall, Unfall! Sie auch so... Äh... Sollte das passieren? Hast du noch was zu sagen, Robin? Nö! Dann geh ich jetzt gleich raus. Geh jetzt mal raus! Ich möchte hier nicht mehr sein! Ich sage noch einmal tschüss! 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 Ich will gehen! Tschüss! Ich hasse es hier! Bring mir mal jemand was zu essen! Unfriseur! Warum hat eigentlich keiner bekommen, um mich zu frisieren? Ich habe da extra gesagt, ich will Friseur haben! Jetzt sitze ich hier mit so einer scheiß Frisur und ihr seid Schuld-Community! Schaut euch den Ton ab und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend! Wollt ein Friseur haben! Genießt es! Will Friseur haben! Schaut einen schönen Film oder werft ein Serie an! Will Friseur haben! Macht euch was Schönes zu essen! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Nö! Wie kenn ich die CD? Und Schritt für Schritt, Dragon Ball Z, Charla Hedgener, du wirst unbesiegbar sein und... Du wirst unbesiegbar sein! Und alles wirst viel wo! Aber wenn du halt singst, hört man nicht näher. Digimon, eine Vision, der größte Träumer und deine Chance. Tom, die anderen CDs, wo sind sie? Ich will sie sehen. Hier. Alles gut. Ja! Ja, das ist genau die von mir. Das ist genau die. Ich hab's gewusst. Chala, hey, Chala. Das ist genau die CD, die ich damals hatte. Ich musste das so wieder... Also das, wie gesagt, da dachte ich schon, das ist eine Druckerpatrone, als ich das zum ersten Mal bekommen habe. Dann habe ich gesehen, was drin ist und dachte mir, okay, vielleicht hat das was mit Ratsherren zu tun. Ich hoffe, es hat irgendwas mit Ratsherren zu tun. Ich hoffe auch. Also es kommt vom Erotik-Discount Deutschland. Das ist so, was gibt's, der Erotik-Discount 24. Ich hab's gewohnt, mein Auto 24. Um die Uhr für sie da. Ja. Das ist ein Kniebel. Nein, ich werde ihn nicht anziehen, jetzt gleich. Kein Beikniebel, okay. Nein, lieber Mats, werde ich nicht anziehen. Aber es ist doch ein Kniebel, der Händler. Ja, Red Rose. Red Kniebel, ey. Die RTL 2 Version des Red Nose Days. Jetzt machst du das, ey, komm, mach das. Das ist aber halt wirklich ein harter Plastikball. Ich dachte immer... Komm, gib mir ein Thumbnail, Mats. Immer, immer. Komm, ich soll richtig jetzt anziehen, Mats? So geht das, glaube ich. Hat aber auch viel Schönes. Ah, ich kann das gar nicht machen. Das ist mir zu unangenehm. Allein der Gedanke, wie das vorne auch ist. Vor allem, ich denke auch gar, das wird ja im Internet landen, so wie ich euch kenne. Ich mach's für euch. Ich mach's wirklich nur für euch, nicht für mich. Ist das so gut? Nee, so gut. Oder so? Ist das... Das ist für uns alles schwierig, Mats. Doch, das ist auch sicherlich eher für dich gedacht. Ja, was soll das denn heißen? Submissive Bitch bist du... Haben wir da über irgendwas... geredet? Also über Bände im Mund, beim Sex, der... Macht man das auf die... Also beißt man da rein? Jetzt mach halt. Was soll das denn jetzt zu? Was soll das denn jetzt zu machen? Was soll das denn jetzt zu machen? So muss ich das zu machen. Okay. Was soll das denn jetzt zu machen? Was soll das denn jetzt zu machen? Aua. Was soll das denn jetzt zu machen? Aua. Du hast denn zu gebrannt, Mats. Aua. Ok. Ich muss schon mal rein. Äh. Ah. Hä? Hä? Warum? Ich glaube... Hör doch, Mama! Hör doch auf! Döne, Mann! Ich glaube... Weißt du, wir haben hoch gegründet, um diesem anspruchsloser Scheiß-Content auf YouTube herzuhören. Du bist überhaupt nicht sicher. Ich könnte es noch strammer machen. Oh Mann! Jetzt sieht das ein bisschen wieder aus. Hier hast du den, wenn es dir gefällt. Manu solltest gefickt werden nicht sprechen. Das funktioniert nicht, wenn du sprechen möchtest. Es funktioniert nur, wenn du jetzt Sex hast. Hier, wenn du auf den Geschmack kommst, hast du hier einen Gutscheincode. Für... Auf den Geschmack! Nimm ihn nach Hause, jetzt kannst du auch selbst brauchen. Jetzt können wir den teurer verkaufen. Ein paar sehr wenige Leute haben wir gerade sehr glücklich gemacht. Und auch du bereust uns jetzt schon, das gemacht zu haben, ne? Ja. Ich verpixel einfach Mats Gesicht. Geil! Mach das! Ich möchte, dass ihr meinen Nachnamen fixelt. Mach nur so eine schwarze Linie auf die Augen. Oder auf das Grundstück. Das ist das andere. Du kannst die irgendwie... Irgendwas... Man konnte halt auch nicht Animal Crossing Amiibos benutzen, um die einzuladen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, in welcher Kapazität sie dann tatsächlich in der Stadt sind. Und diese anderen Figuren. Das weiß ich einfach wirklich. Gibt es in Animal Crossing auch Beziehungen? Dass das Leute sich verlieben und heiraten und so? Ne, das nicht, ne. Ach ja, sonst hätte ich direkt irgendwie Wario und Bosa oder Waluigi... Endlich meine Waluigi-Fanfiction mal umsetzen können. Und dadurch, dass man das so kontrollieren kann, jetzt mit den Einwohnern und wen du tatsächlich in deine Stadt holen willst, kannst du dir halt eine Stadt machen, wo... Wo kein Volk, was ich nicht will, mehr da wohnt. Naja, wo zum Beispiel ausschließlich Kühe sind oder so. Wo all die Völker, die ich nicht... Ausschließlich Katzen. ...als Rhein ansehe, aus der Stadt entfernt werden, sagte der Tom. Da bricht's wieder aus ihm raus. Das süße Animal Crossing wird zu Toms totalitären Traum. Oder es bricht aus dir raus. Ach, ich hab das gerade nicht gesagt, dass du die armen Omas rauswerfen willst, um dein reines Volk aufzubauen, da Tom. Was für Omas. Jede Schweine-Omas, die seit 18 Jahren, 80 Jahren da wohnen. Die wohnen doch seit Ewigkeiten da, die können doch nicht mehr so jung sein. Ich find das ganz cool. Tom, wir spielen jetzt Final Fantasy 2 oder gleich. Heute. Jawoll! Pass auf. Lightning ist in einem Kristall eingesperrt, weil sie die... Weil... Etro. Etro ist ne Göttin, die wurde erschaffen von Gott, um Chaos zwischen Kaios. Kaios will das Chaos, das Etro erzeugt in Valhalla. Weil Yule nämlich... Öhm, die Zeit. Da, da, da! Oh, shit! Jawoll! Introte Zeit! Oh, wie sehr ich das gerade brauche. Musik So. So. I love it. I love it. So, Anime So, Anime Das ist fucking Cloud Das ist der von 8 Oh, der heißt Nein Ha 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 No, nicht Lightning Nein 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 Warte mal, bevor ich aufhöre Ich rufe einfach mal eben bei Mats an Und hoffe, dass das keine richtig krassen Audio-Stör-Probleme bei euch gibt Hallo Ja Guten Tag Ja Man, du bist live gerade, lieber Mats Bevor du wieder Sachen sagst, die du nicht öffentlich sagen möchtest Ich bin gerade, ich mache gerade hier Livestream Und Dummes Arschloch Dumme Sau Diesmal schlag ich dir die Fresse, dann kann ich auch mal verhalten Ich würde nur fragen Wann wir Wann wir uns gleich treffen Wann wir uns gleich treffen Sag doch einfach, was du willst Hast du einen anderen Dialekt? Hast du einen anderen Dialekt? Wirst du irgendwie Ich weiß nicht, was für ein Dialekt das war Aber es hat sich wie ein neuer Dialekt angehört Nur, ja, es war Kinski Kinski Ah, stimmt Ja, ich kann das sehen Ähm Weil ich zocke gerade noch und ich überlege gerade, wann ich halt aufhöre Ich bin mit Fahrrad, ich bin ziemlich schnell da Wie ein Blitz bin ich da plötzlich Es sei denn, du legst dich auf die Fresse Ja, das kann ich mir schwer vorstellen, dass das passiert Aber ich bin sehr gerne dabei, da bin ich einfach nur, um dabei zu sein Aber ich wünsche es dir natürlich nicht Ne, ne, ich hör das Ja, ich ruf, ich ruf im Fall an und sag Was jetzt, 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 ah Okay, bös, Leute Euch mag ich Euch mag ich an Aber diese Dumme ist so Das war der liebe Mats Ein ganz normales Gespräch Wenn das jetzt in Ordnung ist vom Ton-Chat Äh, müsst ihr mir einfach mal sagen, schreibt mal Birnenkompott Wenn der Ton in Ordnung ist Warum? Das ist ein komisches Wort Birnenkompott Die Hälfte unserer Zuschauer ist gar nicht, was geschrieben wird Die sehr dumme Zuschauer Und du vergisst das immer wieder mit deinen Forderungen Ja, aber das ist auch nicht verkehrt Wir könnten gar nicht existieren, wenn unsere Zuschauer nicht so dumm wären Das ist der einzige Grund, warum wir Geld von denen bekommen War Robin beim Friseur, fragt er Eine selbst erfüllende Prophezeiung Hast du sofort erkannt? Ne, war ich nicht Ich hab eine Perücke auf seit ein paar Wochen Weil ich zuvor bin zum Friseur zu gehen Ich hab mir einfach einmalig eine Perücke gekauft Und die war ich jetzt einfach an Okay, scheint alles in Ordnung zu sein Birnen was? Ich hab mir die wieder nicht gemacht Gerade Jahre fällt mir gerade ein Wir müssen nochmal kurz auflangen Nein, sieht gut aus, Robin So klingt doch Luigi in meinem Head So klingt Luigi Don't mind the motors They are just being childish Mich erinnert der voll an Bernard aus Day of the Tentacles Der würde auch so klingen, oder? Klingt der nicht so? Äh, nee, nicht ganz Hey, why don't I join you? I can help you keep watch We'll show them Just pick me up and let's go Let's-a go, meint ich Let's-a go Hab ich mich versprochen Go ahead, otos, do something I'll just, um, stay over here So, jetzt kommen die wichtige spielmechanische Veränderungen Oh, jeez Wow Did I just get teleported? This is incredible technology You always make stuff like this Ich hoffe, das ist Oh, Jesus Christ This is amazing This is fucking great Holy fucking shit Do it again right now That felt so good Oh, Jesus Christ Oh, Jesus Christ Oh, yeah Just wait, we can show this to the professor Although, I should get out of here While the cave is still going Ist sehr gut angefühlt für ihn Ja Wir müssen ja auch gleich sagen Darauf läuft ja dieses Format hinaus Auf Sexspielzeug Hoffentlich Mal sehen, wie lange es dauert Wie das meiste im Leben Thomas, Ende endet immer beim Vibrator So Okay Ich schreibe, kann ich mir noch eine neue Tasse bitte geschickt bekommen? Wobei ich mag das als Format Als Folgentitel Am Ende Nee, was hast du gerade gesagt? Am Ende landet man immer beim Vibrator Am Ende landet man immer beim Vibrator So Ja Du kannst noch so ein schönes Leben führen Am Ende sitzt du wieder zu Hause mit dem Vibrator Ist doch so Januar, Februar, März, April Die Jahresuhr steht niemand still Mai, Juni, Juli, August Weck in uns allen die Lebenslust September, Oktober, November, Dezember Ich habe irgendwelche ausgelastet, egal Und dann wird wieder alles von vorne an Und so weiter und so fort Ich glaube ich habe die Mitte des Jahres ausgelastet Kann das sein? Ja, ich glaube du solltest dir diesen Kalender mal holen Dieses Poster Ja, vielleicht hilft dir das Das war aber ein gutes Lied Das habe ich früher immer gehört Ich kenne das auch noch total aus der Grundschule Songmix Racingstuhl Was ist das denn? Das ist einfach ein Bürostuhl Warum steht da Racingstuhl? Weil der so futuristisch aussieht Nein, der sieht aus wie ein Bürostuhl Der sieht wirklich einfach aus wie ein Bürostuhl Kann man sehr schnell durchs Büro mitfahren Was ist denn? Was macht den denn so ein Racingstuhl? Da gehört der Motor Oh, das wäre der Hammer Das wäre der Hammer So ein Bürostuhl mit Motor Das ist ein Bürostuhl, mit dem du durch die Gegend rollen kannst Nee Das ist ein ganz normaler Schöpfe, du sitzt in so einem Großvoraubüro Hörst du noch wieder Ah, der Chef kommt Würde ich sofort machen Muss es doch geben Eigentlich ist es auch eine voll die smarte Erfindung Oh, apropos Wäsche Aber genau nochmal weg 50 Dinge, die du für dein Studium tun kannst Auch wenn du keine Zeit hast Einfach und erfolgreicher studiere mit Miniaktionen Wenn du an diesem Punkt angekommen bist Wo du das Buch kaufst Um zu lernen, wie du nicht lernen musst Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist Ich glaube, das entsteht an zwei Stellen im Leben Der Drang, sich so ein Buch zu kaufen Entweder du hast noch nicht studiert Und willst dir den Einstieg leichter machen Gehst also so ein bisschen blauäugig daran Oder es entsteht aus Verzweiflung Es läuft nicht so gut Und du denkst dir, okay, irgendwie muss ich noch was machen Genau fürs Gewissen Kannst du mal zu den Rezessionen runtergehen? Perfekt für zwischendurch Das Buch enthält 50 Ideen für Dinge, die ich mal eben zwischendurch tun kann Wenn ich mir beziehungsweise meinem Schild was Gutes tun möchte Schon nach dem ersten Durchlesen Habe ich etliche tolle Ideen für kleine Aktionen entdeckt Die ich in der nächsten Zeit Das ist doch von einem Autor Das klingt sehr von einem Autor Die ich in der nächsten Zeit definitiv mal ausprobieren werde Auch wenn mich nicht alles anspricht Habe ich genug Dinge gefunden, damit erstmal keine Langeweile aufkommt Kommen Beispiele Mini schon in seinem ersten Buch Spart sich der Autor lange und langweilige theoretische Ausschweifungen Wie im Studium Deswegen studiere ich ja schon Scheiße Der Schreibstil ist ansprechend Äh Ne okay Aber es sind keine Beispiele leider Guck mal Manchmal gibt es auch so Leseproben Wenn ich hier drauf drücke Oh gut Sehr gut Ja ja gibt es Alles klar Dann will ich kurz reingucken Für dich Nummer 1 Okay wir gehen es kurz durch Damit ihr euch das Buch nicht kaufen müsst Nummer 1 Schreibe eine Lernkarte Nummer 2 Lerne eine Definition Was? 3 Sieh dir ein Erklärvideo an 4 Lege ein Glossar an 5 Lies einen kurzen Abschnitt 6 Lies ein Inhaltsverzeichnis 7 Scanne ein Buch 8 Plane im Voraus 9 Schreibe ein Motivationspost Wow Erstelle eine Mindmap Lerne eine Englisch Vokabel Verbessere dein Speed Reading Schreibe eine E-Mail Was ist denn das? Erstelle ein Lernplakat Nimm einen Lernpodcast auf Hier So wir studieren gerade quasi Mach eine Atemübung Baue eine Eselsbrücke Schreibe nur einen Satz Führe ein Lerntagebuch Stelle einen Tagesplan auf Meditiere Lies einen Fachartikel Warum können wir mal hierhin skippen Robin? Ruf deine Oma an Das finde ich sehr wichtig Ruf deine Oma an Zeichne eine Skizze Stalke deine Dozenten Kann es sein, dass das ein Parodie Buch ist? Lege die wichtigste Aufgabe fest Ich glaube nicht Tom Finde deinen größten Fehler Dieses Buch gekauft zu haben Erstelle einen Klausurplan Überlege dir Fragen Zerteile eine Aufgabe Baue eine Routine Denk an deine Erfolge Und Nummer 50 Schärfe deine Axt So Jetzt habt ihr Kompletten Erfolg im Studium Wieso? So oft denke ich mir Boah Leute die ein Buch schreiben Krass Das ist so ein Scheiß Wir könnten alle so einfach Bücher schreiben Man muss einfach nur den Willen haben Seine Scheiße zu veröffentlichen Oh 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 Was? Oh 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 Lea Die strippende Studentin Ah so jetzt kommen wir rein Ja Das ist einfach nur ein Strippfilm Warte mal Da hat sich aber jemand die DVD Das war ja nicht Das war ja unser DVD Da hat jemand Nicht dass sich das Amazon Instant Video geholt Also erstmal die Beschreibung Die junge Lea schlägt sich in La Havre durch Wo sie ihre demenzkranke Großmutter pflegt Und abends in einem Nachtclub kennt Als sie einen Studienplatz für Politologie in Paris ergattert Steht sie vor der Aufgabe ihr Studium dort Und auch einen Platz im Pflegeheim für die Großmutter zu finanzieren Als Lösung bietet sich ihr die Arbeit Das Buch wurde für Lea geschrieben Ruf Oma an Das wurde genau für sie geschrieben Oh aber Kritik ohne schlüssiges Ende Langweilig schreibt einer Nicht einmal Soft-Erotik Oh das will ich Das ist jemand sehr enttäuscht Relapse von MNEM Von wem? MNEM So heißt der doch MNEM Wer dafür Kontext möchte Einmal 50 Cent Videos auf Time to 3 gucken MNEM heißt der Um das noch einmal ernsthaft zu sagen Bibi Blocksberg 103 Der Hexenschatz Und Benjamin Blümchen Komm und zeig uns was du kannst Da weiß ich jetzt ehrlich nicht Ob sich das dann Leute Ob sich das Leute holen Wegen Nostalgie Oder für ihre Kids Bibi Blocksberg Das wäre beides vollkommen okay Ich kann das noch komplett Da bin ich auch ein bisschen begeistert von Kannst du auch Bibi und Tina Auf Amadeus und Sabrina Zora Kann ich auch noch Die Fessel WG Eine erotische BDSM Geschichte Damit können wir doch enden Ein Kindle Fessel WG sucht neue Mitbewohnerinnen Lies das mal vor Das ist unser Schlusswort Ich möchte vorher sagen Das hört sich nach einer gar nicht so unrealistischen Anzeige in Berlin an Fessel WG sucht neue Mitbewohnerinnen Dieser unglaublichen Anzeigenzeile Musste mit Melitta Einfach nachgehen Um mehr über die ausgesprochene Frauen-WG zu erfahren Schon beim Vorstellungsgespräch wird klar Die Ankündigung in der Zeitung hatte nicht zu viel versprochen Metilla Heißt die so? Melitta Melitta Melitta? Ist das nicht immer zu essen oder so? Setzt sich beharrlich und mit allen Mitteln Gegen ihre Konkurrenzinnen durch Und gewinnt Gefallen an den drei hübschen WG-Bewohnerinnen Mit ihren speziellen Vorlieben Im Konkurrenzgerangel entscheidet jedoch allein die WG-Chefin Monique Über die Aufnahme der neuen Mitbewohnerin Sie probiert genüsslich ihre besonders gemeinen Methoden An der willigen Favoritin Melitta aus Und führt sie so schon einmal angemessen in den fesselnden WG-Alltag ein Dem Rheinfallsreichtum der Chefin sind keine Grenzen gesetzt Und so verwundert es nicht, dass die neue Mitbewohnerin Einem ungewöhnlichen Angebot Folge leistet Das ist ein Buch Ja War dir das nicht klar am Anfang? Ah, das Hörbuch ist kostenlos Ernsthaft? Ja Hörbuch-Download 0 Euro So, tatsächlich Wisst ihr, was ihr heute machen könnt, wenn ihr WB-Zockt oder so? Ich weiß zumindest, was ich mache Die fesselnden WG Da höre ich auf jeden Fall rein In das Hörbuch allein aus Internet Können wir Nee, wir können es jetzt nicht einfach starten Nee, ich glaube, das können wir nicht einfach machen Schade Ich glaube, das könnte Probleme geben Also, viel Spaß mit der fesselnden WG Ja Jetzt Ist es Zeit für das beste Feature aller Zeiten Ist es Zeit für Robins famoses Formel 1 Fest Bei Hooked FM Wasser Und Warpstrea Das war für die, die sich das jetzt mal bildlich vorstellen wollen Eine sehr schöne Darstellung Bekämpf mir heute das Establishment Endlich, Gott sei Dank Endlich jemand, der sich gegen die scheiß Eliten da oben stellt Camp Trails Hast du mal Camp Trails gesagt Tschüss Mats sitzt hier übrigens auch gerade Aber der ist nachher nicht im Stream Das ist doch Bist du ein Vampir, der gegen Kameras leer gefällt Ein Kapier Oh Damit können wir dieses Video beenden Tschüss Tschüss Sag mal Tschüss, Mann Ey, ihr coolen Leute Willkommen bei Hooked Und wir spielen mit euch Watch Dogs 2 Das sind sehr coole Leute in dem Spiel Und wir sind ebenfalls cool Ey, fuck you all I hack your life Fuck you Was geht bei dir, Mann? Ich merke gerade, dass wir Zwei Fehler gemacht haben Jeder von uns Wir haben beide keinen Kapuzenpullover an heute Das ist, ja, ich auch Verdammt Du hast wenigstens ne Brille an Die hab ich auch nicht an Ich mach nochmal aus, warte mal Tschüss Ich kann auch nicht hacken Ich kann nicht hacken Naja, dann spielen wir es halt so Hallo Hi Yo, Watch Dogs 2 Hier, fickt euch Habt euch zu sagen Yeah, aber ich hab ein Herz auf dem Finger Deswegen ist das irgendwie Krass komplexes Zeichen Konplexes Zeichen Ja gut, vielleicht auch schwierig Wenn sie abholen Oh shit potentially Hahahaha Hahahaha Ich weiß nicht, was das da unten heißt, weil es sind ja keine Polizisten da, aber die rufen die gerade, oder so. Ist das ok? Hab ich jemanden getroffen? Schlafen nur ein paar Leute, ist ok. Die chillen. Ja. Die auch los. Diagnosed My Neck Depressive Kommen wir Klausel noch. Train Station Buscar. Ja jetzt hilft's euch da auch nix mehr. für meine Autoreparatur. Jesus Christ. Das war aber auch recht. Also, nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, ich bin Hacker. Ich kann nicht, also... Ah ja. Nur damit ihr euch nicht gleich wundert, Robin hat nicht etwa eine sehr viel höhere Stimme bekommen und auch sein Aussehen gewechselt und ist überhaupt jetzt genauso wie Dani, komischerweise. Nein, Dani ist tatsächlich zu Besuch. Hi Dani. Hallo Tom. Und wir machen heute einfach mal zu zweit den Podcast. Robin ist nämlich noch in seinem kleinen Kurzurlaub. Der kommt aber Mittwoch wieder zurück. Also spätestens im Livestream seht ihr ihn dann wieder. Und bevor wir zu den News kommen, noch eine kleine Sache, weil ihr euch ja vielleicht fragt, warum wir noch nicht über Pokémon reden. Pokémon Sun & Moon sind ja draußen. Wir haben einfach noch kein Testmuster. Aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt eins gehabt hätte, hätte ich keine Zeit gehabt, es zu spielen, weil so viele andere Titel gerade anstehen. Zu ein paar davon kommen wir ja gleich noch. Und du warst ja auch beschäftigt mit einem Spiel, zu dem wir auch gleich noch kommen. Kannst du nicht an mich auslagern, Dani kannst du mal schnell Pokémon spielen. Wir spielen mal Pokémon durch. Die 30 Stunden hast du doch. Es kann natürlich sein, dass wir das Pech haben, wenn der Podcast kommt raus und fünf Minuten vorher gab es dann den richtigen Trailer. Das heißt, eventuell seid ihr schon schlauer. Aber genau, es wurde Max Payne 3 angekündigt. Aber Max Payne 3 ist doch schon draußen, Tom. Es ist dann Alan Lake. Ja, ich habe ja bei unseren Time to 3 Let's Plays von diesen Spielen auch schon Alan Break und Quantum Wake geschrieben. Quantum Wake finde ich sehr gut. Also man kann die ganz gut miteinander verbinden. Nehme ich lieber die mit GPS für 4.900 Euro oder doch das Armband für 58.000. Oder hier, guck mal, so ein schöner Ring für 11.475 Euro. Kann man es doch bei Amazon kaufen, lieber Tom. Das weiß ich nicht, aber was Magic Moments hier bewirbt, und das gefällt mir schon mal sehr gut, wenn man ganz viel Geld hat und nicht weiß, wohin mit der Scheiße. Hi! Ich wollte auch nicht mal den Teaser. Wir spielen heute Abend Dishonored 2 und Planet Coaster. Das wird ein schöner Kontrast zwischen, ich wollte gerade sagen Morden, aber es ist ja nicht mal zwingend, weil ich schwer aufs Weltartig und man muss ja die Leute nicht umbringen. Im Planet Coaster, achso. Ich habe meine Haare nicht gemacht, Tom. Das fällt sofort auf, wenn eine Styling-Ikone wie ich sich nicht gestylt hat. Das ist dann scheiße. Das ist wie wenn Lena Meyer-Landrut plötzlich nicht geschminkt in eine Show gehen würde. Würde auch alle sagen, was sieht diese Movie aus? Das ist bei mir sehr ähnlich. Ich bin die Lena Meyer-Landrut der Videospielindustrie. Neu. Kai Wimflaumen wickelt sich zu Lena Meyer-Landrut. Robbenmeyer-Landrut? Nee. Lena Meyer-Landrut? Lena Schweiger-Landrut, nehme ich. Schon besser. Oder Lena Robben-Landrut? Oh, wie falsch sich Landrut-Landrut anhört, so lange, so weit nach Meyer nicht weiß. Wieso kommt denn hier kein Ton, Robin? Also ist die Musik vielleicht ausgestellt? Nein, da habe ich gerade schon geguckt. Hast du das vorher nicht getestet? Ich teste mal alles vorher. Doch, ich habe es getestet. Das ist ja mega peinlich. Spiel. Weißt du, wir sind ja nicht bei der Zulberkreuz probiert worden. Das reiß ich mal zusammen. Nein, ich gehe trotzdem mal aus Schwäß. Fröhliche Musik im Menü. Können wir das ein bisschen da machen. Eeeh, 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 eeeh. Das ist so ein Soundfall aus der Kursen-Tycoon. Eins oder zwei. Was war das denn für ein Sound? Weil im Hintergrund, das war halt immer Leute, wenn die Leute dann so, heeeh, gemacht haben, so gelacht. Ja. Und danach gab es immer irgendjemanden, der so, heeeh, heeeh, gemacht hat. Ich kann das gerade nicht, wenn man sich nachmacht hat. Aber es war immer so ein Soundfall, der sich wiederholt hat. Bist du gar kein so ein Experte in dem Spiel, wie ich dachte. Dass ich das nicht rausgehört habe, ist ein Skandal. Hast du mich ertappt? Das ist eine gute Frage. Das ist ein guter Robin. Nennt mich Technik-Robin. Ich bin gerade ausgedacht, den Spitzenamen. Krass, oder? Kommt sie nicht drauf. Der kleine Kurser ist auch aktiv. Zugekifft wirklich jetzt auch noch. Das ist... Wieso denn immer gleich zugekifft? Naja, also, ich sehe schon, wo die Verbindung herkommt. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen gerade. Ich möchte jetzt weder demenzieren noch zustimmen. Aber nein, das ist nur eine Erkältung. Ich habe heute, ich habe mehrere Ladungen von, von so Tropfen genommen, wo Alkohol drin ist. Also vielleicht habe ich, ich habe so 20 Tropfen. Wieviel prozentiger Alkohol war das? Das waren jetzt 20 Tropfen sechsprozentigem Alkohol. Das sind, glaube ich, drei Bier. Ja, kein Wunder, Robin. Also, ich starte mal wirklich einfach den Rechner neu. Vielleicht hast du, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, dass du noch nie getrunken hast, weil vielleicht hast du ja auch schon Medikamente mit Alkohol genommen, zu dir genommen. Na ja, ich habe ja auch schon mal Champagner oder Wein gekostet. Also, so ist es ja nicht. Das habe ich nicht gewusst. So ist es ja nicht. Mein, mein, mein Bild vom Straight Edge Torb zerfällt. Das tut mir leid. Der Straight Edge Torb. Finsichtlich gibt es Straight Edge, Straight Edge ja noch, Dani, du bist ja damit, du schläfst ja damit. Im Bett mit einem, du schläfst mit einem Straight Edge. Was für eine Richtung bringst du das gerade? Was ist dein Straight Edge für einen Begriff? Straight Edge, das ist eine, eine Jugendkultur von Leuten, die keinerlei Suchts, äh, äh, ne, Suchts, wie heißt das? Substanzen? Substanzen zu sich nehmen, sei es jetzt, ja, Alkohol oder Drogen, aber es gibt auch Hardcore-Straight-Echin und dann auch kein Kaffee trinken und so. Ach so. Also, das bist du, Tom, du bist Straight Edge. Du willst in so einer, in so einer gewissen Punker-Szene wirst du voll der Held. Du könntest da alles auf, räumen, weil du die Mischung aus, aus Straight Edge und Organisations-Talent hast, weißt du? Normalerweise sind die Leute, die da sind alles die übelsten, äh, naja, Hänger halt und dann kommst du da rein und kannst dann die Welt erobern. Ich hab's schon mal probiert, aber wegen dem Dresscode wurde ich da wieder rausgeschmissen. Aber das passt ja auch voll gut mit deinem Schwarz. Vielleicht wenn du noch ein bisschen Neon-Grün hinein, dann ist das perfekt. Ja, und so ganz viele Nähte. Warum ist da ein riesiger Red-Button? Ganz viele Nähte, ganz viele, ja, dann müssen wir wieder bei Final Fantasy, Tom. Das ist nicht auch irgendwie wie Luna. Nee, dann, da hätte ich Güttel gesagt, wenn ich zu Final Fantasy gewollt hätte. Ja, nee, Dani, du bist nur, du, ich weiß es nicht, wie nennt man denn jemanden, der mit Straight Edge, der mit, der mit Herrn Straight Edge schläft? Wir haben Toon. Oh. Man muss nur einmal neu starten. Ja, das ist schon sehr dumm. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was das Wort genau ist, das kann man hier in den Fuss nachschauen. Der Park heißt, Straight Edge, no fun allowed. Straight Edge, no fun. So reicht doch, ne? Warte, Park. Straight Edge, no fun. Dein Ausgang platzieren. Robin ist voll weniger straight. Aber ich würde mir gerne mehr Möglichkeiten haben, tatsächliche Ecken zu bauen. Ich glaube, glaube, das geht nicht. Wundert mich nicht, Tom. Shut up. Dass du gerne ein paar mehr Ecken in deinem. 3,50 ist natürlich viel zu wenig. Wobei, ich muss auch sagen, der Park heißt sogar Straight Edge, da hat es keine Ecken zu haben, wäre jetzt schon so ein bisschen. Okay. Äh. Dann. Und jetzt testen, können wir in den Ego-Modus gehen? Äh. Ja. Selbstverständlich. Yay. Uh. Ich bin so gespannt. Na, ich freue mich. Danke, dass du mir zu einem Abend an meinem Geburtstag, als ich den Krebs besiegt habe, in diesem Park ausgefüllt hast. Kein Problem. Ich blicke meinem neuen Leben mit extrem großer Freude entgegen. Übrigens, meine Freundin ist schwanger. Ja. Oh, feiert sie. Oh, feiert sie. Oh, jawoll. Ja, oh Gott. Okay, das müssen wir nochmal aus der Außenperspektive machen. Oh. Sie stehen alle einfach wieder auf. Okay. Guck mal, man kriegt sogar ein Schiedmünster für. Ah, dann machen wir es mal von hier so. Guck mal, wie sie jubeln. Wuuuuh. Yay. Ich hasse mein Leben. Ich bin so in Endkill Me Now. Ich glaube, sie kommt gleich. Was kommt? Oh, das ist so toll. Bluppe. Yay. Dass das kein eigener Modus ist. Bestes Spiel. Ja, ne? Würde sich voll anbieten. Oh, das ist da freut. Also, da freut mich sehr drauf, mal Hand anzulegen an dem Spiel. Das müsste jetzt eigentlich voll da reingehen. In die Schlange, oder was? Ja, hier. Achso, ich dachte, du wolltest auf das Gerät selbst. Ah, es kommt. Keiner da. Oh, genau die Gruppe getroffen. Ein paar mitgerissen. Oh, ja. Die spawnen hier, oder steht jetzt einfach wieder auf? Okay. Jetzt muss fahren. Es sind noch ein paar Leute. Swaded. Die Kuh. Die Kuh hat zu werden. Yay. Der fehlende Alkohol in meinem Blut erlaubt es mir diesen Moment bei ihm volle Zügen zu genießen. Das ist auch nicht, warum die sich alle so freuen. Ich liebe bin unsterblich. Das ist halt irgendeine komische Postapokale. in der wir, oder nicht Postapokale, sondern wir sind, das ist eigentlich ein, ähm, eine Utopie, weißt du, in der die Menschen unsterblich geworden sind und sich freuen über den Thrill des Sterbens, weil sie halt nicht mehr sterben können. Deswegen bleibt der Thrill aber nicht die Konsequenz. Das sind schon wieder, ich lasse das jetzt, das ist jetzt einfach eine unfertige Achterbahn des dauerhaften Zuschauermordes. Das ist gut. Direkt am Eingang. Mir kommt halt das Switch ganz auf den Preis an. Ich hoffe, ich habe auch 250 Euro und dann ist das okay. Das wäre der Hammer. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass das so ein Ding ist. Aha, jetzt holst du dir noch Speicherkarten und die kosten dann für Vita-mäßig 9 Milliarden Mark pro Karte und dann brauchst du noch die Dockingstation. Kostet ihr übrigens extra, haha, und wir haben spezielles Nintendo-Kabel. Das wäre asozial. Und der Wii U Pro Controller und dann bist du halt dabei. Oh, wenn die das separat verkaufen würden, das wäre so asozial. Dann bist du halt doch wieder bei 500 Euro. Das kann glaube ich sehr schnell passieren bei so einem Ding, was so sehr auf Extras, auf Controller ausgelegt ist noch zusätzliche. Jetzt klingelt es gerade, der Mats kommt, perfektes Timing. Wir machen jetzt nämlich Time-to-3-Aufnahmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 10 Minuten zu spät. Mats, was soll das? Komm doch vorn hier rein. Mats, sag mal schnell hallo. Komm mal, komm mal Mats. Komm mal schnell, 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 schnell. Sag mal hallo. Hallo. Ich bin nicht unter die Mode-Designer gegangen. Ich weiß, obwohl man das vermuten könnte, wenn man diese großartige Mütze sieht. Nein, ich bin einfach nur erkältet und versuche deswegen, mich warm zu halten und deswegen trage ich gerade eine Mütze. Also nicht wundern. Ich würde sagen, wir beginnen diese Ausgabe von Hooked FM mit einem Gedicht. Der Robin, der man mag's kaum glauben, was er wagt sich zu erlauben, ließ sich scheinbar infizieren von einer Handvoll Grippeviren. Daher brauchte ich schnell Ersatz und begrüße nun den Mats. Er nimmt ein Robins Platz, der hoffentlich noch nicht abgekratzt. Ist nicht das sauberste Gedicht, aber es ist auch Montagmorgen. Hallo Mats. Wenn du jetzt noch gesagt hast, der noch nicht abgekratzt ist, dann hätte ich dir applaudiert. Deswegen sage ich ja nicht das sauberste Gedicht. Ja, aber so hättest du dem Ganzen noch eine elegante Kurve gegeben. Aber nichtsdestotrotz, ich nicke dir jetzt aufwuntern, zustimmend und auch leicht bewundern zu und freue mich sehr, hier zu sein.